So, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7. Im letzten Bart sind wir jetzt mitten im Game von Lucas und mussten gerade eben noch einen Scheunkampf gegen so einen fetten Boomer, nenne ich ihn jetzt einfach, den Kampf bestreiten. Und jetzt steht hier 1408, du bist als nächster dran. Das ist der Code für die Tür. Der richtige Passwort. Oder der richtige Passwort wahrscheinlich, das Bus. Ja, wir sind wieder hier. 1408. Enter. Open. Du kommst nicht runter. Alles in der Truhe oder was? Okay, hab ich. Okay, das ist der gleiche Raum, in dem wir auch in der Aufnahme im letzten Part hatten. Äh, im vorletzten Part. Okay. Kerze. Aber diesmal wissen wir ja quasi, was passiert, oder? So, dann müssen wir hier rein, dann triggern wir das. Was das Licht angeht. Okay. Leck mich an den Eiern. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Wir wissen ja, was zu tun ist. So, da brauchen wir ja wieder das Ding. Es wird ja alles gleich sein, hier, ne? Hier, da hat sich aber wirklich ein wenig Mühe gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich das wieder... Ja. Ja, Clancy, mochte das auch nicht so ganz. Und ein schönes Bürohemd. Was hier wahrscheinlich noch Mia gebügelt hatte. Vor drei Jahren. Verschmutztes Fernrohr. So, das müssen wir dann ausrüsten. Wenn ich wüsste, wo ich hinlaufe. Zack. Dann sehen wir hier die Dinger. Ja. Sind die gleichen. Hätte das gedacht. So. Hängender Mann. Mit Torte auf Krähe. Nenne ich es jetzt einfach mal. Und Baby. Oder Fötus. So. Juhu, Strohpuppe. Und das können wir hier anzünden. Oh, nö. Oh, what the fuck. Ich habe sogar selbst bei mir zu Hause noch einen Gasanschluss. Haben aber alles auf Elektron gestellt. So. Dann können wir auch noch mal die Strohpuppe anzünden. Das ist dann quasi der Puppenfinger, ne? Genau. Da brauchen wir noch das Aufzieh-Ding. Das können wir dann verbrennen. Das sollte alles das gleiche sein. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Genau. Da ist hier der Ballon. Was, wenn wir den einfach mit Wasser auffüllen? Komm schon. Das Ding müssen wir noch rausziehen, ne? Okay. Hier läuft dann der Alkohol. Wenn wir jetzt aber schnell genug sind. Brennt auch nicht der ganze Laden ab. Passt nicht. Aber wieso passt nicht? Oh, jetzt hier passt er. Zack. Und. Zack. Genau. Dann müssen wir den Ballon schnell füllen. Genau da, wo es Oklenzi erwischt hat. Ich fass es nicht. Ich hoffe, du bist gegen Tetanus geimpft. So. Achso. Ich brauche mir noch gar nichts reinritzen. Ich weiß doch das Passwort. Das habe ich mir alles ersparen können. Oh, ich Idiot. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Nein. Kann ich das Ding noch reinziehen? Jetzt habe ich hier natürlich alles voller Alkohol gemacht, ne? Och. Ich hätte doch einfach da durchgehen können. Neustart. Ja, das hätte nicht funktioniert, glaubt mir. Das hätte nicht funktioniert. Den werde ich haben. So. Machen wir das alles nochmal. Weil ich glaube, das hätte nicht funktioniert. So. Die Kerze. Oder können wir das einfach hier machen? Oder wie? Achso, ne. Ich muss das erstmal triggern. Okay. Weil wir brauchen das Ding gar nicht rausziehen. Das hier alles brennt, quasi. Okay. Irgendwo. Ja, hier. Hier ist ein Baby zumindest. Das ist der Hängende. Dann das hier. Und das Baby. So. Hier ist ein Puppenfinger. Brauchen wir eigentlich gar nichts einsammeln. Wir wissen ja schon, was das Wort ist. Hier sind wir eigentlich ein bisschen klüger als Clancy. Beziehungsweise sind wir jetzt schlauer durch das Video geworden. Ich habe es halt trotzdem vermasselt. So, loser. Was, wenn man das eigentlich gar nicht gespielt hätte, das, ähm... Das Video. Ist das möglich? Weil sonst wäre es ganz schön hart. So, dann können wir nämlich das machen. Und brauchen dann quasi, ähm... Ja, das Ventil nicht rauszunehmen. Oder das... Ding da halt. Dass der Alkohol hier rausfliegt. So, warum ich auch immer das gemacht habe, das brauche ich gar nicht. Ich brauche jetzt eigentlich nur die Kerze noch anzünden. Tadam! Da würde er sich bestimmt ärgern. Hm? Der Alkohol... Es explodiert zwar trotzdem, aber der Alkohol entzündet sich nicht. Hm, was sagst du denn dazu? Oh. Ähm. Schnell, schnell, schnell. Zack. Rein damit. Tschüss. Schon mal schön, Abstand. Oh, der ist sauer. Schlechter Verlierer. Du schlechter Verlierer. Ach so, der war hier. Der war hier. Mia? Mia? Mia! Sie lebt. Mia, wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Oh, das ist sogar mit Mikrofon. In so einer alten Kiste mit Mikrofon. Ich fasse es ja nicht. Technik. Ruhig los, Ethan. Was willst du, verdammt? Dich? Tod? Äh, schätze, dass es nicht drin ist. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau. Solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, der hat immer welche. Immer ein Ass im Ärmel. Ich mag keine Spaßverderber. Arsch. Arsch. Oh, das Serum. Hat er hier... Natürlich noch da gelassen. So. Damit können wir das Serum jetzt herstellen. Was ist hier? Karte, das Versuchsgelände. Ähm, okay. Überwachungsraum. Bla. Speichern können wir hier. Und Kiste erstmal. Erstmal nochmal ausrüsten. So, Puppenfinger. Können wir alles weglegen. Die Kobel. Flammenwerfer, Granate, Granate. Mech. Pillen. Brenner. Defekte Flinte. Spaltmittel. Achso, warte mal. Ich probiere es jetzt einfach mal. Why not? Ne, schade. Wozu brauche ich das Blaue? Ich müsste es mal googeln. Wirklich. So, ich brauche jetzt aber meine normale Ausrüstung. Das ist... Ich nehme mal den Brenner mit. Schießpulver. Starke, Flüssige. Ich nehme mal nur die normale. Die dreh ich nämlich noch mit. Die Flinte und die Pistole. So, dann lass uns mal kombinieren. Ich hätte Schießpulver, ne? Ja. Obwohl, nehmen wir die starke. Was soll's. Nehmen wir die starke Chemikalie. Und Kraut. Dann kann ich mir noch ein Arzneimittel herstellen. Und dann scheiß drauf. So, starke. Und die normale. Okay. Aber was sagtest du? Das ist das Spalding. Das will ich jetzt wissen. Was bewirkt es? So ein Arzneimittel? Warte mal. Ob ich ja kombinieren? Ach so. Das ist ja dumm. Vielleicht das Spalding. Der hat dafür benutzt. Okay. Das ist aber was. Soll das für einen Sinn ergeben? Dass ich mich quasi verfehlt habe. Okay. Ich weiß es jetzt zumindest. Und starke. So. Dann kann ich das Arzneimittel nehmen. Wir halten ja zum Glück auch ein bisschen mehr aus. Wir haben ja Steroide genommen. Die behalten auch einfach alle. Die ganzen Steroide. Steroide, die wir hier finden. Einfach für Chris Redfield. Ganz zum Schluss. Dass der mal wieder gut pumpen gehen kann. So. Dann können wir mal das hier nachladen. Das hat mir vielleicht auch mal Granaten aufsparen oder so. Äh. Schießpulver und Kraut. Na gut. So. Weg damit. Weg damit. Mit. Dietrich lassen wir so. Okay. Speichern tun wir nicht. Ich würde einfach mal sagen. Gucken wir mal. Was der noch für uns hat. God damn. Wo sind wir denn? Oh. Hier ist wenigstens Postol-Munition. Das hatte ich schon mal im letzten Part angesprochen. Das ist auch wieder Resident Evil als klassisches Survivor Game. Schön wenig Munition und schön viel Schiss in der Hose. Ähm. Ich muss runter. Ne. Das muss hoch. Ah. Ich brauche die Kurbel wieder. Okay. War mir klar. Im Resident Evil 1. Brauchte man die Kurbel auch sehr oft. So. Wo ist sie denn? Wo hat sie sich versteckt? Messer. Oh. Das Messer noch mitnehmen. Puppenfinger. Festbrennstoff. Defekte Kraut. Schießpulver. Wo ist sie denn hier? Die Kurbel. Wo haben wir sie denn? Ähm. Da ist sie. So. Kann ich sie auch gleich wieder ablegen. Oder vielleicht bleibt sie auch da dran. Weil wir sie nicht mehr brauchen. Aber ich glaube das Game gibt dir nicht den. Ja wollte ich gerade sagen. Äh. Denn ich weiß auch gar nicht ob wir die anderen drei Schlüssel dann noch brauchen. Ähm. Bei den alten Resident Evil Teilen war es halt einfach so. Wenn du den nicht mehr gebraucht hast. Diesen Herrenschlüssel. Oder den Polizei Präsidiumsschlüssel. Dann fragt er dich ob du den ablegen möchtest. Und damit wusstest du. Okay du hast alle Türen mit dem Scheiß geöffnet. Ich komme mir. Ich komme. Aber was hat er noch übrig für uns? Das kann doch nicht alles von ihm gewesen sein. Der wird noch irgendeine Überraschung haben. Weil er ist irgendwie nicht der Typ dafür. Dass er selber kämpft. Der wird bestimmt einfach nur erschossen. Weil ich glaube nicht dass der mutiert. Warum auch immer ich das glaube. Ich glaube es aber nicht. Warte mal. Das Messer mache ich mal wieder auf den Ursprung hin. Oh no. Kiste Loot. Erste Hilfe. Oder Arzneimittel. Flinten. Munition. Flüssige Chemikalien. Oh ich brauche die nochmal die Kurbel. Oh. Toll Munition. Jetzt komme ich gleich ein Bossfight. Ich kriege hier so zu viel Munition. Okay. Der geht dort drauf. Wow. Ja okay komm. Er lebt sogar noch. Alter wie viel schlucken die. Okay da muss ich wieder die Pumpe nehmen. Sorry. Ja komm. Aua bitch. Ich muss für mich verpissen. Alter. Ethan. Oh man. Der ist auch mal schon einfach ein blöder Typ. So. War es die gute? Ne war noch nicht mal die gute. Okay. Nehme ich die Pumpe? Ne ich nehme jetzt sogar mal die gute. Ah ne ihr Arschlöcher. Ich hoffe ihr spawnt jetzt nicht endlos. Au. Oh du Wichser. Komm jetzt humbel ich da noch wieder zurück. Ey ich hätte die Kurbel mitnehmen sollen. Aber gut das hätte ich auch nicht wissen können. Komm schon. Ich meine die Vorsitzung habe jetzt doch die Pumpe. Äh ich glaube ich mache keinen Brennstoff mehr. Ich mache jetzt nur noch Granaten. Ich habe den auch noch nicht einmal benutzt. Aber der ist deutlich stärker. als äh der lumpige Brennstoff. So. Ähm. Ich muss mir aber auch noch ein Arzneimittel herstellen. Weil sonst bin ich tot. Wir halten ja wie gesagt schon ein bisschen mehr aus. Naja. So das können wir ablegen. Brauchen wir einfach nicht mehr. Flammgranate. Ne. Also mache ich jetzt nur wirklich nur noch Granatwerfer Munition. Spare ich mir ein bisschen an. Kraut nehme ich jetzt auch einfach mal mit. Kann nicht schlecht sein. Ich glaube wir wollen vielleicht noch Chemikalien finden. Können wir das gleich kombinieren. Defekte Pistole. Pillen. Spielzeugaxt. Schatzfoto. Ähm. Was haben wir denn noch so? Schießpulver. Kurbel. Brenner. Hm. Tja. Vielleicht noch das Psychotonikum. Sollten wir vielleicht auch mal wieder nehmen. Die Pillen weiß ich auch nicht wirklich wie viel genug benutzen kann. Aber muss ich gucken, wenn ich wieder Chemikalien habe. So. Achso die Dreckskobel ja. Nicht vergessen. So. Die behalten wir jetzt auch erstmal. So Musik. Du kannst wieder on. Das heißt auch immer, dass hier noch welche kommen. Boah. Das hätte mir einige. Das hätte mir einige Scheiße erspart jetzt. Aber die kleinen Viecher. Diese vierbeinigen sind deutlich nerviger. Wow. So. Kurbel betätigt. Auf geht's. Ich hoffe, wir spawnen jetzt nichts mehr. Aber wir haben halt nicht umsonst Munition bekommen. Umsonst kriegst du hier nichts. Ich komm an mir. Oh mein Gott. Aua. Ich hatte einen Schuss in den Kopf reicht. Weil die halten nicht... Nichts aus. Das ist auch nochmal eine Kiste. Das ist auch nochmal eine Kiste. Was haben wir hier? Flammengranaten. 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 Das heißt nichts Gutes. Schießpulver. Flüssige Chemikalie. Kraut. Zehn Flintenkugeln. Ja okay. Jetzt wird irgendein Bossfight kommen. Und dazu werden wir uns jetzt mal ausrüsten. Denn ich nehme auch die Dinge ins Mittel. Flüssige Chemikalie mache ich hier für den Brennner Ding ins Moment. Ich brauche dafür starke Flüssige glaube ich. Oder brauche ich... Dafür brauche ich starke. Ja. Gut. Dann mache ich mir daraus Arzneimittel ne. Oder Pistolenmunition. Äh. Irgendeins wird gut sein. Ich nehme mal jetzt die Kurbel runter. Ich brauche die bestimmt jetzt nicht mehr. So. Halten wir uns jetzt full. Ähm. Die Granaten nehme ich mit und den Werfer. Ich habe dann vier Granaten. Zack. Schießpulver weg. Dietrich weg. Und so. Dann speichern wir hier auch. Damit wir... Ich weiß nicht wann der Checkpoint da ist. Aber vorsichtshalber. So. Reloaden wir nochmal alles. Hier sind nochmal zwei gute Dinge. Okay. Gucken wir mal. Mia? Hallo? Okay. Ahem. Zoe? Zoe? Ich... Wir haben keine Zeit. Aber wusste ja, dass es Zoe ist. Hat sie noch nie gesehen. Was? Ja. Ich muss... Hab die jetzt hier abgedingelt. Achso. Ja. Du weißt es ja, weil Lucas gesagt hat, dass er sie ja mitgenommen hat. So. Das wäre einmal der Kopf und der Arm. Desi... Oh. Kopf. Und... Der Arm. Let's go. Und wenn das jetzt nicht funktioniert hier, dann bin ich hier durch das ganze Haus äh, umsonst gelatscht. Ja, hab ich doch. Ja. Das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lucas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut. Hä? Ich hab ihn doch getötet. Nicht Baker wieder. Nee, nicht wieder Jack. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist dein Boot. Damit fahren wir durch den Summen. Aber... Aber... Keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Hey. Eins davon ist meins. Oh no. Es ist Big Daddy. Er ist halt Jack. Sein letzter Auftritt wahrscheinlich. Och nö, oder? Oh nein. Aua. Okay. Resident Evil Taktik. Alles ins Auge schießen. Oh Jack. Ich hab gedacht, du bist tot. Ja, das nervt wirklich langsam. Schnell doch vielleicht alles looten hier. Pistolen Munition. Oh lol. What the fuck. Er kotzt mich an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm runter. Wir wenden das hier unten. Nicht oben. Obwohl, komm. Margit muss dich auch die ganze Zeit hinterher rennen. Ja, ich hoffe, deine Frau ist auch wirklich tot, ne? Nee, das glaub ich wirklich nicht. Oh lol. Er kotzt mich an. Alter, wie viel Damage. Dega, wie viel Damage. Oh, ich hab zwei Kräuter genommen. Es wird Zeit, dass ich den Granat Launcher benutze. Ja, komm. Ich bin grad hier. Ah Flint, ich hab gehofft, dass der Arzneimittel. Genau das hab ich gehofft. Nachladen, schnell. Eason. Nein. Schnell, nachladen, Junge. Ha. Vorher noch den Armen. Ähm. Oh, der zappelt mir hier zu sehr. Oh, das war komplett Reinfall. Ach, niemand liebt mich. Niemand liebt mich. Ob die Selbstmitleid tue, da brauchst du nicht mehr kommen. Du bist jetzt Teil der Familie. Deswegen wird sie mich töten. Weil ich so ein Teil der Familie bin. Ah, Mann, Mann. So, die Pistole-Munition. Wurde ich noch zwei starke. Ich spür schon wieder nichts von der Zielhilfe hier. Oh, nein. Das ist dein Leben. Das ist dein Leben. Die Sprüche immer auch, ja. Nein. Schade. Ich dachte, das hätte gereicht. Ah, das kann ein sehr langwieriger Kampf werden. Au. Oh, das war knapp, glaube ich. Ne, ich muss die Augen, ich muss schon die Augen treffen. Du bist dir wünschen. Du hättest dich einfach nur im Tod hitteln. Ne, ne. Ah, nein. Jetzt bin ich fast tot. Ja. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Shit. Du hättest dich einfach nur im Tod hitteln. Ach, ne. Jetzt bin ich tot. Ne, ich glaube, noch einmal überlebe ich es. Komm schon. Nice. Du hast noch ein Auge. Nein. Du hältst auch nicht still. Wo ist denn noch ein Auge? Und ich komme... Da, da, da. Alles in Resident Evil hat Augen als Schwäche. So, ich glaube, das war es, oder? Oh, da ist noch eins. Ich glaube, das waren alle. Aber er lebt noch Scheiße. What the fuck? Okay, das soll aber, glaube ich, so sein. Aua. Ja, lol. Wie soll ich das tun? Ah, shit, man. Das war knapp. Das war wirklich sehr knapp. Okay. Äh, nein, nein, nein. What the fuck? Let's go. Ah, scheiße, man. Na, komm. Wie hätte ich denn da ausweichen können? Also, eigentlich gar nicht. Ach, komm. Ja, boy. Ist das so ein Badass-Name? Nee, nee, nee. Das war kein Treffer. So, circa vier Schuss brauchen Auge. Mit der Flinte. So, dann gehe ich jetzt mir nochmal kurz alles einsammeln. Also, ich finde, so relativ in Bewegung bist, geht das eigentlich. So, irgendwo war das noch ein Arzneimittel. Ich komme oben. Nee, nee, das war aber kein Treffer. Oh, ich sehe auch kaum noch was. Oh, nee. Das war, das war dumm. So, jetzt muss ich die Kräuter fressen. Du wirst von deinem eigenen Blut erstinken, wie ich. Wenn ich fertig bin, tue das nicht in mir. Schnell. Nein. Bäm, Junge. Was brennt denn da? Ich habe gar nichts angezündet hier. So, das läuft doch schon mal besser. Ich gehe jetzt hoch. Hallo. Ich glaube, da ist mich auch noch ein Arzneimittel. Das brauche ich. Ach ja, komm, Alter. Wie soll man denn dann hochkommen? Sonst muss ich mich rumlatschen, weil sonst beim nächsten Hit bin ich da. Egal. Versuche ich es jetzt einfach. Genau, das, das brauche ich. Jetzt noch eins. Okay, ich bin wieder grün. Ethan. Hier bin ich. Alter, der macht mich halt übel. Also, der macht halt wirklich übelst viel Damage. So, warte, wo ist ein Auge? Auge, Auge. Mach kein Auge. Alter, das war knapp. Geh wieder zurück. Ich glaube, irgendwo am Bauch war noch eins. Oh, Jack muss einen epischen Abgang haben. Da ist auch nochmal Pistolenmunition. Hier ist auch nochmal Flintenmunition. Ja, wie hat er mich denn jetzt getroffen, Mann? Komm schon. Wo ist denn das Auge? Ich gehe mal runter. Leck mich. Der ist neu. Da, äh, noch am Sam Schwanz. Ich habe es zumindest jetzt gesehen. Ach, fuck, Mann. Ich komme da nicht ran. Der muss nach oben gehen. Der muss wieder nach oben. Dann kann ich es erst treffen. Der Mistkerl. So, jetzt aber. Ja, jetzt. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Wo sollte noch eins sein? Habe ich jetzt genug Munition? Ja, komm. Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das denn schaffen sollen, bitte? Okay, einfach so machen wir noch. Danach denke ich mal, können wir wieder einen kurzen Cut hier machen. Ich glaube, den Granatwerfer sollte ich vielleicht behalten. Aber an sich geht der. Es ist okay. Naja, komm. Er trifft mich halt instant. Ich messer ihn jetzt. Only knife. Das ist, was du nicht sagst. Nee, ich nehme schon die Flinte. Unten wäre dann der Rest, quasi. Zeig mir deine Äugle ein. Oh, nein. Oh, jetzt bin ich nach unten gegangen. Scheiße. So. Oh. Der wäre knapp gewesen. Ja, ja, das habe ich schon mal gehört. So. Nummer uno. Uno, dos. Komm nicht vorbei. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt können wir ihn kriegen, wenn ich mich jetzt noch ganz gut anstelle. Nicht getroffen. So. Dress. Jetzt mache ich mal den am Schwanz da. Oh, nee. Der war dumm. Egal, ich kann mich heilen. Ach, komm. Junge. Ich habe noch den Granat-Lounger. Nein, nicht kotzen. Nein. Ja, wusste ich es. Du wiederholst dich. Na, komm. Oh, Jack. Halt's Maul. Zeig deine Äugle ein und halt's Maul. Nice. So. Jetzt den Granat-Lounger. Versinkt der nicht? So. Arschloch. Jetzt sollte der, glaube ich, abtauchen. Ach nee, der hat da noch einen. Wo ist der nochmal? Unten? Boah, ich habe noch ein Arzneimittel, ne? Ich habe keins. Ne, ich habe da noch einen. Oh. Jetzt sollte der, glaube ich, abtauchen. Ne, immer noch nicht? So, gucken. Äh, ich darf nicht mehr so viel getroffen werden. Äh, wo ist denn sein letztes? Das ist unten, ne? Das ist unter ihm. Am Bauch. Nee, da. Nice. Ja, jetzt, oder? Okay. Alter, wie soll ich das denn machen? Okay. Komm, das muss so gewesen sein. Oh, Jesus Christ. Jetzt, habe ich alles gesehen. Hä, 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 hä. Äh, mich kann nichts mehr überraschen. Hi. Ethan, hier lang. Nicht nochmal. Du musst doch jetzt mal tot sein. Nutzt das Serum an ihm. Du, du willst, dass ich ihn heile? Na toll, da habe ich jetzt nur noch einen Serum. Komm, Versteiner. Mir ging es noch nie besser. Das war ein Fight. Haben wir sogar noch geschafft in dem Part. Immerhin. Aber jetzt habe ich nur einen Serum. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Mia heilen? Zoe heilen. Oh Gott, wir müssen uns entscheiden. Äh, ich sage Mia. Sorry, guys. Wer Zoe sehen will. Aber ich muss Mia heilen. Oh, jetzt ist sie, jetzt ist sie böse. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Aber was passiert, wenn die Zoe... Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn die Zoe heilen würde. Was meine Freundin dazu sagen würde. Ah, da fühle ich mich jetzt schlecht. Aber wir sind ja für unsere Frau gekommen, so gefühlt. Ah, deswegen hat es mir... Hat es jetzt für mich am meisten Sinn gemacht. Brauche ich mal langsam einen Safe-Spot. Oh, wir sind wieder geheilt. Jetzt heul nicht rum. Ich habe, ähm, deutlich mehr... Ähm... Schlimmeres über mich, äh, ergehen lassen müssen. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch. Ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ein paar Infos wären mal nicht schlecht, Vibe. Ist das das Boot? Ist das nur hierher gelangt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? What the fuck? Okay, wir spielen Mia. Und Ethan? Fang besser an zu laufen. Wie? Ethan? Okay. Kriege ich hier was zum Speichern, bitte? Ich würde gerne einen Cut setzen. Oh, da ist Ethan. Auch nur so sieht man ihn, by the way. Man sieht sein Gesicht nie. Ethan! Ethan! Und weg ist er. Ich habe auch nicht so eine schicke Uhr um. Genau. Nur so sieht man sein Model. Sein Gesicht sieht man, wie gesagt, nicht. Warum auch immer. Vielleicht irgendwie, weiß nicht, der, 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 der Anführungszeichen Held des Games. Warum das, äh, kein Gesicht bekommt, ist irgendwie fragwürdig. Ist genauso wie, äh, Miles damals bei Outlast. Und auch sein, ähm, kommt, sein, sein anderer Charakter bei Whistleblower. Speichern. Aber was hat's mit dem Schiff aus sich? Ah, ich muss speichern. Okay, ich bekomme Flashbacks. Das sagt mir, dass ich auf jeden Fall wirklich, dass ich was mit dem Schiff zu tun habe, beziehungsweise mir. Mami. Mami kommt. What the fuck? Wie gesagt, der, 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 der Schwarz ist ja hier der, der Schimmelpilz. Kann ich nicht irgendwo speichern? Das gibt es doch nicht. Ich brauche keine Waffe. Doch, ich habe hier seltsame Flasche. Seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Bake-Anwesen aufgewacht scheinen. Wichtig zu sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass die nicht überlebt haben. So, ich würde aber sagen, ich mache jetzt hier mal so einen Hardcut. Wir sehen uns gleich in der spannenden Flashback-Szene wieder. Und ich bedanke mich für's Zuschauen und bis gleich. Ich sch bin mirig. Ich würde dich nehmen i secondăoo más lustig. Ja, okay. Ich würde mich Anwesen